Am 24. April 2010 machte sich eine Gruppe von 70 Würzburgern auf, um in Erfurt zu erleben, wie eine moderne Stadtbahn aussieht. Die WVV hatte zwei Busse gechartert und die Sonne schien. Die Spannung war groß. Was konnte Erfurt bieten, das Würzburg nicht hat? Ich erwarte interessante Eindrücke mit den Verkehrsverschneidungen, wie sich der Individualverkehr mit dem WVV verschneidet. Die Informationsfahrt sollte zeigen, was die Straßenbahn in Erfurt zur Stadtentwicklung beigetragen hat und wie sie für die Bürger zum Bestandteil ihrer städtischen Lebenskultur wurde. Die 200.000 Einwohner Stadt hat in den letzten Jahren ihr Straßenbahnnetz ausgebaut und modernisiert. Der Durchgangsverkehr wurde aus der City vertrieben. Doch im Gegensatz zu Bayern ist es in Thüringen erlaubt, auf einzelnen Streckenabschnitten auch Autos auf den Schienentrassen fahren zu lassen. Wir unterfahren jetzt den Hauptbahnhof, dann sehen Sie auch die neue Haltestelle mit den neuen Zugängen zu den Bahnsteigen. Der Bahnhof ist von dem Architekturbüro Gösler aus Hamburg entworfen worden, hatte am Anfang sehr viele Skeptiker. Aber wer den Bahnhof mal benutzt, es ist einfach wunderbar, um diese Bahnsteigsituation zu erleben. Die Ausstattung mit Einkaufsmöglichkeiten ist gut und ausreichend. Es ist ein angenehmes Aufhalten innerhalb des Bahnhofs und auch wieder in der Bahnhofstraße. In Fahrtrichtung rechts sehen Sie gleich den Erfurter Hof. Dort steht auch Willy Brandt ans Fenster. Das ist der legendäre Ort, wo Willy Brandt aus dem Erfurter Hof gewunken hat 1972. In Fahrtrichtung links sehen Sie das Fahrradhaus zur Aufbewahrung und zur Lösung der Radabstellprobleme. Der Hauptbahnhof Erfurt ist 2009 als kundenfreundlichst der Großstadtbahnhof Deutschlands prämiert worden. Besonderes Augenmerk wurde beim Umbau auf folgende Punkte gelegt. Barrierefreie Wege, Schaffung einer Einzelhandelspassage, Verknüpfung von Bahn und ÖPNV auf kürzestem Weg, städtebauliche Aufwertung des Umfelds, Anlage einer Fahrradstation. Das heißt, es ist also dieses merkwürdige Phänomen, dass die Leute... Wir haben hier heute, glaube ich, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Reise war mir wichtig, dass wir sie organisieren und wir wollen Ermutigung schaffen. Wir wollen Ideen, die andere schon verwirklicht haben, aufnehmen und wir wollen selber den Schwung, den wir hier gespürt haben, mitnehmen nach Würzburg. Wir fahren zu auf das Anger 1. Das Anger 1 ist also das größte Kaufhaus, was wir in der Stadt haben, in der Innenstadt haben und eine echte Konkurrenz zu den Ankaufszentren auf der grünen Wiese sind. Das Anger 1 ist eine Kombination aus dem Jugendstil-Kaufhaus im vorderen Teil als Shop-in-Shop-Angebot und dahinter hat Karstadt dann ein großes neues Kaufhaus hinzugebaut. Die Einzelhändler sind sehr froh darüber, dass dieses Kaufhaus in der Stadt entstanden ist, weil diese Kombination zwischen Kaufhaus und Boutiquenlandschaft den Einzelhandel sehr befruchtet hat. Ich denke, die Kollegen von der Erfurter Verkehrsgesellschaft haben uns heute viel gezeigt, insbesondere die Konsequenz, mit der Nahverkehrsprojekte umgesetzt wurden, auch die Verträglichkeit, wie die verschiedenen Verkehrsträger integriert worden sind. Ich glaube, ein tolles Beispiel und gibt für viele Probleme, die wir noch haben, gute Lösungsansätze. Sie sehen ja sehr schön, wie die Fahrleitungsanlagen auch gemeinsam mit der Begrünung integriert wurden, in Fahrtrichtung links der sogenannte Galtenberghang. Wir sind hier also richtig in die Gartenanlage eingedrungen und wir haben es landschaftstätig so lösen können, dass man heute denkt, dass eigentlich die Gesamtlösung hier immer so hätte sein müssen. Es wird Ihnen auffallen, dass wir nicht, wie vielleicht auch mit den Vorderrichtlinien von Bayern vor anderen, hier eine Wortsteinhöhe von 18,20 cm haben zwischen Fahrbahn und Gleisbereich. Wir haben das gemeinsam mit dem Land so abstimmen können, dass wir gesagt haben, es gibt eben für den Individualverkehr nur eine Fahrspur und wenn auf dieser Fahrspur mal irgendetwas störendes ist, was man auch nicht gleich beheben kann. Dann darf der Individualverkehr eben für diesen Fall auf den Gleisbereich auch mal ausweichen. Was sind die wichtigsten Infos, die Sie hier von der Reise durch Erfurt von der Straßenbahnfahrt mitnehmen? Also zwei Punkte. Zum einen sehen wir, es ist möglich eine Straßenbahn wirklich passend in eine historische Altstadt einzufügen. In Erfurt die herrliche Passage an Dom und Severikirche. Also es wird in Würzburg an der Residenz möglich sein, dass das Stadtbild verträglich ist. Und der zweite Punkt, die enorme Wirkung auf die Stadtentwicklung, die eine Straßenbahn hat als Erschließung für Wohnen, aber auch für Gewerbegebiete. Hier links die Augustiner Straße, das Augustiner Großvergleich in Reichweite. Und jetzt befahren wir ganz kurz einen Abschnitt. So hat die DDR sich die Innenstadt von Erfurt ab 1987 vorgestellt. Da sollte nur ein kleines Äckchen Museumsland um die Krämerbrücke und um die kleine Arche erhalten werden. Ansonsten Flächenabriss, der auch organisiert war. Was erwarten Sie für die Straßenbahn zum Hublern? Was bedeutet das für Würzburg? Das bedeutet alles für Würzburg. Das ist das Wichtigste, dass wir endlich, so nah waren wir schon lange nicht mehr dran, dass da endlich was läuft. Wir haben hier ja einen fähigen Mann, der die ganze Sache vorantreibt. Und da werden wir froh sein. Und der hat uns die ganzen Jahre gefehlt. Und ich bin doch guter Dinge, dass das läuft. Und das ist eine absolut zuverlässige Sache da oben. Wer ist der Mann, der uns so lange gefehlt hat? Das kann ich ruhig sagen. Also ohne jetzt hier private Reklame für irgendjemand ist der Herr Schäfer natürlich. Der Vorstand von der WVV, der bringt was voran. Und da können wir glücklich sein, dass wir endlich so einen Mann in dieser Stadt jetzt haben. Uns in Würzburg. Der hat uns Jahrzehnte vorher gefehlt. Sonst wären wir schon viel weiter. Sie sehen links vom Petersberg den Domberg. Rechts davon diese Wehrkirche als Stadtvorkirche. Und links den Dom. Beides katholisch. Seit 1994 sind wir auch wieder ein eigenes Bistum, nachdem wir lange Zeit zu Brüder gehören. Wir fahren jetzt in die Domstraße, Brüderstraße ein. Das ist die Neubaustrecke, wovon es glaube ich in Deutschland nur wenige gibt, dass sie durch Bundesmittel finanziert werden konnten. Und nur dadurch, dass wir das Erschließungsnetz dieses Stadtteils gemeinsam mit der Stadt grundlegend geändert haben. Wir haben quasi den Durchgangsverkehr auf eine neue Parallelstraße gelegt. Und haben hier die Flussgänger, die Zona, also die Straße mit Emo 20 gelegt. Das heißt, wer hier durchfahren will, macht es eigentlich nicht freiwillig, weil es viel zu langsam, viel zu langweilig ist. Wer es eilig hat, muss die Hauptnetzstraße nehmen. Hier überlagert sich quasi nur noch Anliegerverkehr mit Stadtbahn. Rechts sehen Sie also den Dom. Hier beheimatet auch die Theologische Katholische Hochschule, die dann mit Universitätsgründung mit der neuen Universität funktioniert. Hier sind also die Geistlichen der katholischen Kirche zu DDR-Zeiten ausgebildet worden. Ich bin sehr beeindruckt von der Stadtbahnentwicklung hier in Erfurt. Erfurt hat eine vergleichbare Größe zu Würzburg. Und wir brauchen uns hinter Erfurt natürlich überhaupt nicht zu verstecken. Ich wünsche mir dieselben Visionen für Würzburg, einen mutigen Straßenbahnausbau. Da denke ich nicht nur an die Linie 6 in Subland zu den Lädens. Ich denke vor allem auch, dass man mal wieder Projekte aufgreifen sollte, wie eine Straßenbahn Richtung Lindleinsmühle und Versbach. Man sieht einfach hier überall, wo die Stadt blüht, wo Infrastruktur geschaffen wird, gute Verkehrswege geschaffen werden und die Stadtplanung damit Hand in Hand geht. Das finde ich fantastisch.